Musik Dieser Würfel ist der Ursprung von allem. Aus dieser Form kannst du alles ableiten. Jedoch ist es nicht ganz immer so plausibel, wie es sich anhört. Und viele fangen mit dieser Form oder mit allgemeinen Grundformen zwar an, springen dann aber viel zu schnell zum eigentlichen Objekt, das sie zeichnen oder auf eine andere Art kreieren möchten. Dazwischen sind einige zeichnerische Schritte, die wir vielleicht ansatzweise intuitiv wahrnehmen und umsetzen, wir uns aber dessen nicht ganz bewusst sind, beziehungsweise wir deren Lernpotenziale nicht ausnutzen. Hier wird also leider vieles verschenkt. Damit du deine Zeichnung bewusster aufbauen, sie verstehen und schlussendlich besser machen kannst, habe ich dir diese drei Übungen zusammengefasst. Erstens das Grundformenspiel. Zweitens die Formbarkeit und drittens die konkrete Anwendung. Diese drei bilden die Basis von so ziemlich allem. Natürlich hört deine Reise hier nicht auf und es gibt noch viele weitere Schritte zu lernen und zu entdecken. Was es ist und sein könnte, erläutere ich dir am Schluss. Erstens die Grundformen. Es ist ein No-Brainer, dass man für einen soliden, künstlerischen Prozess die Beherrschung von grundlegenden Formen üben und ein tiefes Verständnis für räumliche Darstellungen entwickeln sollte. Diese Fähigkeiten sind essentiell, um glaubwürdige und verständliche Kunstwerke zu schaffen. Also vor allem, wenn du Konkretes oder Reales abbilden möchtest. Dabei geht es um die freie Übung, einfachste geometrische Formen wie Kegel, Kugeln, Zylinder, Würfel und andere zu zeichnen. Diese absoluten Grundformen dienen als Bausteine für komplexere Formen und sind der Ausgangspunkt für die Entwicklung eines räumlichen Bewusstseins. In diesem Punkt geht es darum, diese Formen in verschiedenen Perspektiven zu zeichnen, sie intuitiv im Raum zu platzieren und verschiedene Formen miteinander zu kombinieren. Also frei mit diesen Formen zu spielen, sie auszuprobieren, die gemeinsame Wirkung zu erkunden. Ähnlich wie ein Kind mit Holzblöckchen sich die eigene Welt zusammen und wieder auseinander baut. So können wir auch den Raum, unabhängig von perspektivischen Prinzipien, frei Auskundschaften, um ein räumliches Bewusstsein für deren Verhalten und Wirken zu erlangen. Dieses grundlegende Verständnis der räumlichen Darstellung ist unerlässlich, um überzeugende Darstellungen zu schaffen, die sich an der realen Welt orientieren. Die Fähigkeit, Formen in unterschiedlichen Perspektiven und Winkeln darzustellen, ermöglicht es uns, unsere Ideen klar und präzise auf das Blatt zu formulieren. Du entwickelst so ein intuitives Gefühl für den Raum und die Verknüpfung von komplexen Formen. Hier lernen wir nicht nur einzelne Formen zu zeichnen, sondern auch wie diese Formen in Beziehung zueinander stehen und wie sie zusammenarbeiten, um ein zusammenhängendes Bild zu erzeugen. In diesem ersten Schritt ist es aber wichtig, dass du bei den Grundformen bleibst und sie noch nicht abänderst. Das ist wichtig, damit du dich effektiv nur auf das Zusammenspiel der Formen und ihren Platz im Raum konzentrieren kannst. Probiere hier ruhig viele Kombinationen aus, um zum Beispiel lustige Gebilde zu erschaffen oder spezielle Muster oder auch nur um verschiedene Perspektiven frei miteinander zu mischen. Hier gibt es keine Fehler. Es geht darum, dass du mit einfachen Vorlagen spannende oder auch für dich neuartige Kombinationen und Szenen kreieren kannst und die immense Vielfalt in diesen ach so simplen Formen erkennst. Denn es ist so, wenn du in der einfachen Übung noch keine interessante Darstellung hinbekommst, dann wird es bei den komplexeren Gebilden auch nicht klappen. Nummer zwei, die Formbarkeit. Es gibt ganz viele Wege, um eine Form zu formen bzw. sie in der Form abzuändern, sie zu manipulieren. Jetzt hier geht es aber darum, dass du die Grundformen nimmst und diese in der Form selber veränderst. Das mag offensichtlich klingen, ich finde aber, dies als eine für sich stehende Aufgabe zu definieren und bewusst zu betonen, wird oft gar nicht explizit erwähnt oder dann nur am Rande. Dabei legt sie wichtige Grundsteine für die nächsten Schritte. In dieser zweiten Übung kannst du die Formen neigen, biegen, abschneiden, auch das in einer einfachen Ansicht und später auch in einer Perspektive oder Flucht oder beides zusammen. In einem weiteren Schritt kannst du die Formen dann quetschen oder langziehen, ähnlich der bewusst übertriebenen Bewegungsformen von Cartoon-Figuren. Versuche dies auch mit möglichst allen Formen, also mit dem Zylinder, dem Quader, einem Würfel, einer Kugel, dem Dreieck und das in der 2D als auch vor allem in der 3D-Ansicht. Nimm dir Zeit und beschäftige dich hier zum Beispiel mit nur einer Form und versuche, diese in vielen möglichen Modifikationen zu zeichnen. Du wirst sehen, dass in scheinbar ganz banalen Formen fast unendlich viele Möglichkeiten stecken. Dieses Prinzip wende ich auch sehr gerne in der Logogestaltung an, um eine möglichst eigene und spezifische Form zu definieren. Du kannst deine Form, hier zum Beispiel der Kreis, so weit formen, dass aus deinen Versuchen langsam eine fast organische Form entsteht. Wenn du noch weiter modellierst, wirst du in dieser organischen Form ein dir vielleicht bekanntes Objekt erkennen, zum Beispiel ein Horn eines Tieres. So begreifst du, wie eine scheinbar komplexe Form ihren Ursprung aus etwas ganz Einfachem hat. Wenn du gelernt hast, wie du einfache Formen manipulieren und formen kannst, dann fällt es dir leichter, auch komplexere Formen oder Formstrukturen zu formen und zu verstehen. Du kannst diese Aufgabe noch weiter führen, indem du den einfachen Formen weitere Informationen hinzufügst und diese in eine dreidimensionale Form und Bewegung überträgst. Aber mache es hier nicht zu kompliziert, denn schlussendlich soll es für dich immer auch verständlich bleiben. Und das meiste, das uns komplex erscheint, ist oft, ja fast immer, nur eine Ansammlung von ganz vielen einzelnen, eher simplen Formen. Auch eine gute Übung in diesem Zusammenhang ist die Abrundung von Kanten bei eckigen Objekten. Ganz viele konstruierte Dinge in unserem Leben haben eine leicht gewölbte Kante oder eine Einkerbung oder Wölbung. Natürlich könnte man hier auch einen Kreis reinzeichnen, aber oft ist das nie so offensichtlich, rund, oder die Wölbung ist dann stark oval. Dann hilft es nur, diese bestimmte Kurve zu üben. Es ist eine simple Übung, hat aber auf die Erscheinung eines Objektes einen sehr grossen Effekt. Sind zum Beispiel die Sitzflächen eines Stuhls eher kantig oder eher oval, dann wirkt auch der gesamte Stuhl eher kühl und hart oder einladender und bequemer. Das Prinzip kannst du auch auf Hände oder Gesichter anwenden oder auf die gesamte menschliche Form. Auch für technische Darstellungen ist das ein starkes Designmerkmal. Drittens die konkrete Anwendung. Wie gesagt, all diese Schritte bauen aufeinander auf. Somit fällt der nächste Schritt umso logischer bzw. nachvollziehbarer aus. Die konkrete Anwendung setzt voraus, dass wir nicht nur das genau nachzeichnen, was wir sehen oder was wir aus unserer Vorstellung kreieren wollen, sondern die konkrete Anwendung meint hier, dass du dir dein Objekt aus den beiden vorausgegangenen Schritten nachbauen kannst. Sozusagen sehr einfache dreidimensionale Formen aus dem betreffenden Objekt generieren kannst. So kannst du auch sehr komplexe Formengebilde, wie zum Beispiel einen Salamander oder den menschlichen Körper, räumlich ziemlich akkurat und glaubwürdig umsetzen, ohne dass du die Form in der gesamten Komplexität verstehen musst. Wir können dann einfach nur beobachten, was wir sehen und durch unser räumliches Bewusstsein, das wir durch die Strukturierung, durch unser Wissen über organische Grundformen und Formbarkeit erhalten haben, können wir bereits etwas erzeugen, das dem ähnelt, was wir betrachten. Und ich denke, das Entscheidende daran ist, dass uns viel mehr Kraft verleiht, wenn es dann viel später darum geht, Dinge aus der Vorstellungskraft zu erschaffen. Denn es ist praktisch unmöglich, sich alles in technischen Details zu merken. Mit technischen Details meine ich das Verständnis der Anatomie jedes Tieres oder sogar der menschlichen Anatomie. Zum Beispiel, die menschliche Anatomie ist sehr komplex und man muss schon sehr daran interessiert sein, sich alles zu merken. Aber wenn du die Dinge, die du siehst, in den Grundformen konstruieren kannst und nicht nur in den sehr einfachen und groben Formen, sondern auch durchaus in komplexeren, ist das auf diese Weise immer noch viel einfacher zu verstehen. Ein grossartiges Beispiel dafür ist der Künstler wie Kim Jung-ji, bei dem ich nicht glaube, dass alles, was er tut, darin besteht, die Anatomie jedes Subjekts instinktiv zu kennen. Aber er versteht sehr wohl die komplexen, manipulierten Grundformen der von ihm studierten Objekte. Und das gibt ihm die Kraft, dann einfach jedes Objekt in verschiedenen Winkeln aus jeder Perspektive zu zeichnen, weil er dieses Wissen über die einfachen Formen hat, die er im Raum manipulieren und frei formen kann. Und wenn es um Beobachtung geht, ist eine wirklich gute Übung, sich einfach eine Vielzahl von Referenzen anzusehen, insbesondere Dinge, auf die man sich spezialisieren möchte, als auch Dinge ausserhalb deiner Komfortzone. Denn das Zeichnen von Dingen ausserhalb deiner Komfortzone wird dir auch bei Dingen helfen, die dich interessieren. Sich also viele Referenzen anzuschauen und dann versuchen, diese Referenz zu modellieren, indem du auf den einfachen Formen aufbaust und dich dann Strich für Strich zur komplexeren Formbarkeit hinarbeitest. Also wiederum sind das die erwähnten Schritte 1 und 2. Du betrachtest die Referenz, versuchst herauszufinden, aus welchen einfachen Formen diese Referenz besteht und dann versuchst du herauszufinden, wo diese einfachen Formen manipuliert werden. Also eben Kantenglättung, Verbindung und so weiter. Findet eine Art Konturmanipulation statt, gibt es eine Addition oder Subtraktion, werden einige der einfachen Formen verdreht, gebogen, gequetscht oder ist es eine Kombination davon? All das kann dir helfen, dein Motiv besser zu verstehen. Das sind also die drei Grundübungen, mit denen du Objekte, Tiere und Menschen Schritt für Schritt aufbauen kannst. Aber wie gesagt, hier hört deine Reise ja nicht auf. Wohin es weitergehen könnte, sage ich dir gleich. Aber zuerst einmal ein herzliches Dankeschön an alle, die mich hier ganz toll unterstützen, kommentieren und sich einbringen. Vielen lieben Dank. Es macht mir ganz viel Freude, wenn ich merke, dass die Inhalte passen und verständlich sind. Wenn dich also auch dieses Video weiterbringt, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib mir es mir unbedingt in die Kommentare. Oder lass ein Däumchen nach oben da. All das und auch, wenn du das Video an jemanden weiterleitest, hilft mir und diesem Kanal zu wachsen, beziehungsweise weil dann YouTube merkt, aha, da ist Interesse. Und all die, die mich vielleicht sponsormässig unterstützen möchten, können dies sehr gerne und individuell auf BuyMeCoffee tun. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung und jetzt weiter mit dem Bonus-Deep beziehungsweise deiner weiterführenden Reise. Ja, wenn du schon einiges auf die bekannten Grundformen umsetzen konntest und dich ziemlich fit in diesem Bereich fühlst, kannst du zum eigentlichen Studium der Objekte und ihrer Beschaffenheit gehen. Das bedeutet, die eigentliche Anatomie von Tier und Mensch bis hin zur Struktur von Objekten vertieft anzuschauen und zu verstehen, wie zum Beispiel die Muskeln tatsächlich funktionieren und welche das sind oder wie ein Auto aufgebaut ist und so weiter. Hier musst du die Funktionalitäten effektiv studieren und bei Bedarf auch Form für Form oder Aufbau für Aufbau nachzeichnen, damit du diese verinnerlichen kannst. Auf diese Art und Weise lernst du die eigentlichen Regeln kennen und kannst sie bei Bedarf entsprechend verändern, ausdehnen oder brechen. Ein weiterer Schritt auf deiner Reise wäre die Nachahmung, also effektiv Zeichnungen und Bilder nachahmen, nachzeichnen oder Teile daraus kopieren. Durch die Analyse und Nachahmung von Vorbildern können wir unsere Fähigkeiten weiterentwickeln und neue Techniken erlernen. Dies hilft uns, den eigenen Stil zu entwickeln und zu verfeinern. Kopieren, um zu lernen, ist absolut okay und nichts, für das du dich schämen müsstest. In der klassischen Malerei muss man sogar die alten Meister kopieren, um deren Techniken und Denkweisen dahinter zu entdecken. Wenn dir die Arbeit von jemandem besonders gefällt, dann suche dir dort ein Motiv, welches dich nicht überfordert und welches dir Lust macht, es umzusetzen. Von dort kannst du dann weitergehen. Und als letzter Punkt deiner Reise steht die eigene Vorstellungskraft, sozusagen als die Summe aller vorangegangener Punkte. Jetzt hast du bereits einen grossen Rucksack angelegt und bist ready, um deine Werke zu kreieren. Klar, das kannst du schon am Anfang tun. Aber jetzt hast du zusätzlich die Macht des Gelernten, um es in deinen eigenen Werken anzuwenden. Durch das Zusammenführen von Struktur, Beobachtung, Bildung und Nachahmung entstehen individuelle Werke, die von einem fundierten Verständnis und künstlerischen Können zeugen. Im Videobeschrieb findest du weitere Videos zu ähnlichen Themen, die dich weiterbringen können. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema hast, dann wie gesagt, schreibe es mir gerne in die Kommentare. Ich bin Jacek, ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir ganz viel Freude und Erfolg auf deinem Weg. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut, auf bald!